Hi, ich bin Mila und mein magisches Horstier Morphil kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hi, Horstier Morphil. Willst du mit uns Fußball spielen? Ja, ich auch spielen. Wow! Huh? 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 Hey, was? Was ist passiert? Orfel, du hast die Scheibe mit deinem Ball kaputt gemacht. Nicht bei meinem Polizeiauto. Orfel, nicht kaputt. Du kommst ins Gefängnis. Hä? Oh, was ist los? Ein unsichtbarer Kitzler. Orfel ist schon so lange weg. Mal gucken, wo er mit dem Ball hin ist. Orfel, verwandel dich in einen Hubschrauber. Könntest du meinen Schraubenschlüssel hochbringen, Orfel? Danke. Hast du Orfel gesehen? Polizist Ries hat ihn verhaftet, weil er seine Scheibe kaputt gemacht hat. Aber sie ist zerbrochen, als mein Schraubenschlüssel draufgefallen ist. Es war ein Versehen. Lass uns Polizist Ries erzählen, was wirklich passiert ist, damit er Orfel gehen lässt. Polizist Ries ist zum Park gegangen, um den unsichtbaren Kitzler zu finden. Orfel, kannst du sein Auto reparieren, während wir ihn suchen? Orfel, verwandel dich in ein Rennauto. Oh. Oh. Polizist Ries, Sie müssen Orfel aus dem Gefängnis lassen. Nicht jetzt, Mila. Ich suche den unsichtbaren Kitzler. Nicht in meiner Stadt. Ich glaube, ich weiß, wer der unsichtbare Kitzler ist. Hey, du unsichtbarer Kitzler. Orfel ist also der unsichtbare Kitzler und Scheibenzerbrecher? Nein, ich bin die Scheibenzerbrecherin. Es tut mir leid, es war ein Unfall und du lehrt, es repariert. Oh, danke. Orfel, du darfst gehen. Und hier hast du deinen Ball zurück. Wer will Fußball spielen? Ich, ich. Ich, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020